In diesem Video seid ihr gefragt. Wir werden nämlich ein Beispiel besprechen, das ihr mit dem bereits Gelernten schon lösen könnt. Prinzipiell geht es darum, dass Funktionsgleichungen in der Scheitelpunktform gegeben sind und ihr den dazugehörigen Funktionsgrafen finden sollt. Das Beispiel sieht so aus. Nehmt euch einen Augenblick Zeit, euch auf dem Arbeitsblatt zu orientieren. Dann erinnern wir uns zurück, wie hat die Funktionsgleichung ausgeschaut? Naja, und da gibt es eigentlich drei Werte, die uns Informationen geben können. Einmal das a, das kann größer 0 sein, es handelt sich um eine nach oben geöffnete Parabel. Es kann kleiner 0 sein, die Parabel ist nach unten geöffnet. Dann ist dieser Ausdruck interessant, besonders das xs. Das kann größer 0, kleiner 0 oder gleich 0 sein. Ist es größer 0, bleibt hier das Minus in der Klammer. Ist es kleiner 0, Minus, Minus steht also ein Plus in der Klammer. Ist es xs gleich 0, fällt das ganz weg und wir haben x2 übrig. Und natürlich das ys, das ebenfalls größer, kleiner oder gleich 0 sein kann und hier in der Funktionsgleichung steht. Mit diesen Informationen versucht am besten, das Arbeitsblatt jetzt selbstständig zu lösen. Dann gibt es noch eine Erklärung von mir. Es gibt verschiedene Herangehensweisen. Als Orientierungspunkt kann ich euch mitgeben, dass es hilft, wenn man Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Funktionen findet. Also zum Beispiel hier sehe ich bei f1, f2 und f3, dass alle ein positives a haben. Bei f4, f5, f6 ist das a immer negativ. Also hier suchen wir Parabeln, die nach unten geöffnet sind. Hier Parabeln, die nach oben geöffnet sind. f1 hebt sich ein bisschen von f2 und f3 ab. Man sieht nämlich, dass das xs gleich 0 ist. Der Scheitelpunkt befindet sich also auf der y-Achse. Das ys ist minus 4. Das trifft auf Funktion b zu. Schreiben wir das hin und machen hier ein Hakerl. Nun sollen wir einen Unterschied von f2 und f3 finden. Die Gemeinsamkeit, dass beide nach oben geöffnete Parabeln darstellen, wissen wir ja schon. Der Unterschied ist, dass hier das ys positiv ist. Hier ist es negativ. Das heißt, f2 entspricht dieser Funktion f und f3 entspricht der Funktion a. Nun schauen wir uns Funktionen f4 bis f6 an. Wir haben immer ein negatives a. Alle Parabeln, die noch übrig sind, sind nach unten geöffnet und das ys ist immer positiv. Das hilft uns leider nicht weiter, die Zuordnungen einzuschränken. Wir müssen einen Unterschied finden und das finden wir beim xs. Hier ist das xs positiv, hier ist es negativ und hier ist es gleich 0. Das heißt, die Funktion f4 hat den Scheitelpunkt 3,1. Das trifft auf die Funktion e zu. Die Funktion f5 hat als einziges all dieser Funktionen ein negatives xs, nämlich minus 1. Der Scheitelpunkt heißt minus 1,2. Das trifft auf die Funktion c zu. Und übrig bleibt f6. Es hilft immer zum Schluss zu überprüfen, ob die jeweiligen Kriterien trotzdem zutreffen. Das ist einfach eine Selbstkontrolle, ob man vielleicht bei den vorherigen einen kleinen Fehler gemacht hat oder ob eh alles passt. Dann schauen wir uns das jetzt hier an. Wir haben ein negatives a. Die Parabel ist nach unten geöffnet. Das xs ist gleich 0. Das ys gleich 4. Der Scheitelpunkt sollte sein 0,4. Und das trifft alles auf die Funktion d zu. Das heißt, wir haben die Aufgabe erfolgreich gelöst.